Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist Freitag, somit ist es wieder Zeit, auf den Chart bei XRP zu blicken. Was hat sich getan innerhalb der letzten Woche? Was sind die News? Da sollten ja gestern eigentlich welche rauskommen. Ihr seht schon im Chart, es ist kein Moontime gekommen. Habe ich mir aber irgendwie schon gedacht. Trotzdem, unsere Long-Position läuft weiterhin, wie wir jetzt weiter vorgehen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal genauer anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da. Oder abonnierter Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Kommentarspalte. Alles natürlich kostenlos, wenn ihr Bock habt, kommt da gerne rein. Und wenn ihr auch XRP handeln wollt, wie ich, dann kommt gerne zu BingX. Dort kriegt ihr auf jeden Fall nochmal 10% Rabatt auf die Gebühren lebenslang. So, und dann würde ich aber sagen, gehen wir rein in die Analyse. Momentan trenden wir bei knapp 61 US-Dollar-Cent. Und in der Spitze ging es dann letzte Woche nochmal, oder besser gesagt diese Woche, auf knapp 64 US-Dollar-Cent. Das heißt, unser erster Hack-Profit, wo wir ja drüber gesprochen haben, der lag hier in dieser grünen Box. Der wurde, ja, jetzt erst einmal getriggert. Und das würde ich auch sagen, das schreiben wir jetzt auch mal hier in die Box rein, damit man das einfach nochmal ein bisschen, ja, übersichtlicher einfach hat. Unser, ja, Entry war hier unten in unserem Golden Pocket, wo wir aus diesem Trendkanal nochmal nach unten hingegangen sind. Wer die Analyse vorletzte Woche geguckt hat, weiß es noch ganz genau, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen hier unten rein ins Golden Pocket und nehmen dann eben diesen Trade mit. Somit ist jetzt erster Tech-Profit erst einmal geregelt. Wir lassen jetzt diesen Trendkanal hier noch drin, einfach mal, um zu sehen, ob er sich langfristig ausspielt oder ob es einfach wieder Bullshit ist. Aber egal, lassen wir jetzt mal drin stehen. Ansonsten hat sich, wie gesagt, am Kurs wenig getan. Und ob das, obwohl gestern wieder, ja, Ripple und SEC-Treffen war, hier sieht man es nochmal ganz kurz. Auch wenn Ripple im Rechtscheid mit der SEC bereits einige Teilsieger erzielen konnte, läuft der Prozess nach wie vor. Um den diesjährigen Streit ein Ende zu setzen, hat das Gericht angeordnet, dass beide Parteien hinter verschlossenen Türen einen Vergleich prüfen und die Bedingungen dieses Vergleichs ausarbeiten. Zu diesem Zweck wurden mehrere Treffen zwischen beiden Parteien veranmeldet und eines dieser Treffen findet heute statt. Also dieses Treffen war dann gestern am 30. November und ihr seht, es hat sich nichts am Chart getan. Das nächste Treffen müsste, ich glaube, im Januar oder im Februar sein und dann nochmal im April. Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass sich das so möglicherweise bis April zieht, weil, ihr wisst es alle, Bitcoin-Halving kommt, Bitcoin-ETF kommt, dann vielleicht noch ein Ripple-Sieg würde möglicherweise hier sehr, sehr gut passen. Ist aber nur so meine Gedanken, gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Seht ihr, dass hier ein Ripple-Sieg doch deutlich, deutlich früher kommt oder sagt ihr auch, wie ich, April oder vielleicht sogar noch später. Gerne mal unten reinschreiben. Auf jeden Fall, charttechnisch, wie gesagt, sehr, sehr ruhige Phase, bis auf dieses kleine Fake-Out, was wir hier oben hatten. Den zweiten Take-Profit haben wir ja schon drüber gesprochen, der würde dann hier oben bei 65 US-Dollar-Cent liegen. Hat natürlich auch mit dem FIP-Level zu tun, wenn wir unser FIP von unserem High zu unserem Tief ansetzen, sehen wir, dass hier oben dann das 0,5 auf uns zukommt. Also diese Zone hier zwischen 0,65 und 0,66 US-Dollar-Cent, das wird unsere Zone sein, für den zweiten Take-Profit werden. Momentan macht es aber noch nicht den Anschein, dass hier Ripple auch wirklich in diese Zone rein möchte. Wie gesagt, die News gibt es keine momentan. Alle sind da verschlossenen Türen und deswegen ist es auch sehr, sehr ruhig. Auf dem 4-Stunden-Time-Film sehen wir natürlich auch sehr, sehr gutes Volumen. Ist deutlich, deutlich rückläufig. Also wir haben hier keine wirklich signifikanten Impulse. Auch dieses kleine Fake-Out hier. Volumen überhaupt nicht relevant. Blicken wir mal auf unsere Vector-Candles. Wie sieht es da aus? Eigentlich auch nicht bullisch. Wir sind unter unserem 4-Stunden-Wave-Trend hier. Erst einmal runtergefallen. Daily Open und sowas müssen wir uns jetzt hier im 4-Stunden-Chart nicht wirklich angucken. Wichtig ist, wir sind unter diesem Trend. Wir haben unsere Psy-Range. Die schauen wir uns mal im 1-Stunden-Time-Frame an. Die wird im 4-Stunden-Time-Frame nämlich nicht angezeigt. Wenn es lädt, geht doch. Perfekt. Psy-Range ist hier oben bei 0,62 bis 0,61,87 rum. Also das ist auch so grob das Ziel, was ich mir fürs Wochenende noch vorstellen könnte. Hat natürlich keine Auswirkungen für uns, weil Take Profit 1 schon gelöst ist. Wir haben auf, ich mache mal ganz kurz hier den Indikator wieder aus. Wir haben hier natürlich auch noch eine Andeutung von so einem kleinen doppelten Boden. Aber wie gesagt, so richtiger Trendwechsel nach so einer größeren Seitwärtsphase ist es dann nicht. Also Ziel ist klar, dieses Hoch hier nochmal anzulaufen. Wir haben hier drüben nämlich noch so eine kleine Ineffizienz. Die könnte das sich noch holen. Und das war es dann aber auch. Chart-technisch an sich ist Ripple derzeit, muss man fairerweise so sagen, sehr, sehr uninteressant, weil einfach diese wenigen Bewegungen da sind. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem Daily-Time-Frame auch nochmal ganz kurz dazu an. Sehen wir auch, Daily-Close absolut beschissen. Kein höheres Hoch, Liquidität abgegriffen. Doppelter Boden auf Daily-Sicht können wir komplett in die Tonne treten. Also hier versucht sich eher wieder so eine kleine Seitwärtsphase einzuschließen. Also ihr seht, es ist hier wirklich nicht viel zu tun. Trade-technisch muss man hier echt vorsichtig sein, hier noch irgendwie mal in Trade reinzugehen. Vektor-Candle nochmal ganz kurz auf dem 4-Stunden-Time-Frame angucken. Sehen wir auch, nicht mal mehr Vektor-Candles bilden sich hier. Das Ziel ist ganz klar, hier nochmal die 62 US-Dollar-Cent anzulaufen, weil hier die letzte Vektor-Candle ist, beziehungsweise hier oben dann die 64. Und das war es dann aber auch schon. Also Ripple muss hier wirklich aufpassen, sollten wir hier keine richtige Liquidität mehr reinkriegen, beziehungsweise jetzt nicht nach und nach diese Take-Profits anlaufen, muss ich fairerweise sagen, dass es hier nicht wirklich gut aussieht. Und dass wir dann nochmal hier möglicherweise sogar in Richtung 0,54 US-Dollar-Cent fallen könnten. Also die Möglichkeit bestünde nach derzeitigem Stand, sollten wir hier nicht jetzt langsam einen Impuls nach oben hinkriegen, dass wir hier wahrscheinlich möglicherweise diesen Week hier nochmal anlaufen und dann möglicherweise eine Trendwende hier runter in den 0,54 US-Dollar-Bereich sehen. Mehr gibt es leider hier nicht zu sagen. Spot-Käufe an sich würde ich derzeit noch nicht wirklich tätigen. Wie gesagt, der ganze Scheiß mit der SEC läuft, wie gesagt, noch. Wir hatten große Einkäufe hier unten in diesem Kaufzone. Ansonsten, wer absolut Ripple-Begeistert ist, kann natürlich hier weiter akkumulieren. Ansonsten bin ich momentan hier erst einmal raus, was weitere Spot-Käufe anbelangt. So, jetzt mal eure Meinung dazu reinschreiben. Einerseits das mit der SEC, was seht ihr kurstechnisch, sagt ihr auch, ne, ist momentan absolut öde, ich bleib bei Bitcoin. Oder sagt ihr, ich liebe Ripple über alles. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Heute kommt neue Folge Crypto and More raus. Also gebt euch die auf jeden Fall. Um 12 Uhr kam die raus, weil das Video hier kommt ein bisschen später. Also hört euch die neue Folge gerne an. Natürlich auch gerne, gerne ein Like da lassen. Würden wir uns riesig drüber freuen und eine gute Bewertung. So, jetzt aber schönes Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns dann nächste Woche beziehungsweise morgen dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer.